SIRGELB! Strohfeln grabe ich halt einfach Beeren aus. Ja. Zumindest hier unser Essen gesichert ist. Oh, hier unten hat ja schon die ganze Gras abgeholzt, Alter. Okay, hier bin ich halt. Dann wollen wir noch mal anfangen. Ich hol das Gras einfach mit. Das Inferno. Ich gehe mal ein paar Steine abkloppen. Wenigstens die drei Kochzöpfe wären ganz gut. Ja, ich bin gerade dabei, Gras mitzunehmen hier, wo ich ein wenig weiter weg bin. Scheiße, das ist schon wieder ein Frosch. Mach ich ihn doch kaputt. So, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was brennt hier schon. Ich selber auch. Wieso kann ich den nicht angreifen? Dann war die Sache wohl erfolgreich. So, jetzt haben wir ein bisschen Feuer. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Ja. Gut, das heißt, es ist Warten. Oh, ich habe Froschschenkel. Du hast Froschschenkel? Habe ich auch. Ich brauche bloß nur noch einen Kochtopf. Du kannst ja auch so kochen, ne? Ja, aber da kriegst du nicht... Jedenfalls ich kriege da nicht viel durchhergestellt. Ja, nicht viel nicht. Aber bevor du jetzt verhungerst, meine ich. Oh, was esse ich denn weg? Das... Kann ich die Froschschenkel aufsammeln. Dann sammeln wir doch mal. Weiter Büsche abzufarmen hier. Ich nehme ja alles mit, was da ist. Oh, ich bin gleich tot. Ja, das ist halt das Problem, ne? Vielleicht solltest du sie doch essen. Top, chop, 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 Chaco, Chaco, Chaco. Du machst das Spaß, ne? Auf jeden Fall. 18 Stück habe ich schon gesammelt. Gut, Steine mit. Das ist immer gut. Ich grabe hier das Gras aus und alles. Gut, denk dran, wir brauchen dafür immer viel Popo. Sonst nützt uns das nichts. Gut, dass der Wald jetzt nicht komplett abbrennt. Das ist gut. Ja, das hilft ja eh nicht. Aber trotzdem muss ich mal ganz kurz ein Eispopo holen. Ich gucke mal ein bisschen Wasser auf die Reihe. Hier ist doch... Ich versuche eben wie jetzt gerade erst mal ein paar Zweige zu kriegen hier. Oh, ich finde... Da. Usch. Usch. Gibt hier einfach kein verdammtes Gras. Usch. Usch. Es wird ja gleich schon wieder dunkel, verdammte Naht. Ja, aber nur Abend. Alles gut. Usch. Scheiß, fucking Frosch. Gut, dass hier der ganze Wald da brennt. War das der Plan? Äh, nicht unbedingt. Aber der ganze Wald brennt und brennt und brennt und brennt. Der macht alles kaputt hier. Kann mir mal jemand helfen bei diesem scheiß Fröschen? Nee, lauf weg, klar. Lauf weg. Hör zu sch... Äh. Das ist total. Irgendwo unten war das, gell? Wirklich weiter unten, ja. Ja, da. Ich bin Biber. Spitze. Nehmen wir mal den Scheiß aufsammeln. Ach, hier unten sind... Das ist das fucking Portal. Nehmt auf jeden Fall, ähm, bei dem Wald die... Ah! Was schreist du so? Mhm. Ich wurde von so einem scheiß Mosquito angegriffen, jetzt bin ich fast tot. Aber das Herz geht trotzdem runter, Nina. Trotzdem? Ja. Das ist schade. Äh, äh, Eifi, äh... Ja? Ich, äh, mach hier gerade mal... Ja? Ein bisschen... Wieso sind da eigentlich so viele, ähm... Seen über den Weg rüber? Oh, ich muss mal in eine ganz andere Richtung. Das ist... Ja. Stinkt? Äh, ich glaube, das war ein Maulwurf, der da oben gerade lang klebt. Naja. Gras. Mach hier mal eine größere Farm hin. Links vom Ding, gell? Äh, Chester, wo bist denn du da? Äh, da ist immer Gras. Äh, da ist immer Gras. So, jetzt kann ich endlich über einen Rucksack bauen. Ich könnte mich aber langsam aber sicher mal zurück... mich zurückverwandeln. Ja, Gott sei Dank. Du musst Holz essen. Zeug ansammeln und weg hier, weil langsam, ne? Jupp. Rucksack. Hier unten liegt doch, glaube ich, eine ganze Menge... Hier auch, hier liegt doch mal eine Axt. Was ist denn hier? Wurling-Fällen, you have to... Hi, 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 da liegt schon eine Leiche. Oh, das ist etwas... Äh, verrückt. Shit. Haben wir jetzt schon einen Kochtopf? Nein! Wie denn? André, na, wo bleibst du mit der scheiß Kohle? Ich komm, John, ich komm auch. Ich hab 19 Stück dabei. Ich hab ein Geschenk bekommen. Ich bin gleich verrückt. Und ich könnte eine Improved Farm machen. Glückwunsch, Bayerwald. Wie süß. Geräusche sind echt seltsam. Ja, ist geil. Mach mal Ofen an. Wenn jemand hat da ein Seil... Kohle ist in der linken Kiste. Wie kann ich meine Gesundheit... Wie kann ich meine geistige Gesundheit wieder hochbringen? Mit Blumen... Blumen pflücken. Blumen pflücken, ja. Oder auch, indem du, ähm, Beispielen Sachen erfindest. Ja, jetzt gerade muss ich mal kurz sterben, weil hier zu viele Moms damit verfolgen. Will aber nicht sterben. Was denn für den Kochtopf? Ja. Refined... Ne, Food war das, gell? Ich kann einen Kochtopf bauen. Der Alchemie-Maschine. Ja, dann komm. Ich bin ja gleich tot. Ich baue gleich zwei. Ich kann nur einen, weil ich nicht genügend Steine habe. Ja, das ist ja egal. So, dann mach ich mal so. Ja, mach mal gleich, wenn's... ...her hell ist. Ach, hier sind Steine. Ja, ich muss auch warten, bis es wieder hell ist, sonst... Äh, nee. Ach, ich muss die Steine nehmen. Gut. Mano. Refined, Steinchen bauen, Bild. Also am besten wären gleich drei Kochtöpfe, wenn's geht. Ja, okay, dann muss ich noch mehr Steine nehmen. Ja. Die alle einmal im Lichtbereich. So. Äh. So, dann lass mich einmal... So, dann lass mich einmal... So, ich mach einen Kochtopf. Ich hab einen eben tot. Sechs. Aber wie hat der gemacht? Musst du das bitte total bedauern? Besser. Äh, gut. Kochtopf, äh... Den kann ich doch so auch bauen, wenn ich ihn erforscht hab, gell? So, ähm... Jetzt fehlen wir noch Sticks. Wir haben noch Sticks von euch. Ich hier. Gib mir mal. Wie viele brauchst du denn? Alle. Bin tot. Ja, dann kann ich nix mehr bauen. Also ich brauch, äh... Ich hab nur sechs. Kochtopf. Äh... Ich brauch... Ich brauch... Kochtopf brauch sechs Stück. Zwei hab ich. Liegen da. Light... Tools... Ach... Nun kann ich noch zwei Kochtopf bauen. Light... Survival... Uiuiuiui... Ne, einen kann ich noch bauen. Da Strukturs war das, glaub ich, oder? Meine Fresse! Wo kann man denn hier Steine und sowas finden? Siles? Oh, da ist noch noch Steine. Rechts. Süden. Nein, ich meine, wie man hier was bauen kann, hier. Survival ist weg. Achso, das... Ja, dann hast du ihn in den roten Bereich gesetzt. Dann wird er nicht gebaut. Du musst ihn nochmal auswählen. Ja, aber meine Zutaten sind weg. Okay. Dann hast du es verkackt. Möp, möp, möp. Möp, möp, möp. Ja, jetzt kann er es doch noch bauen. Gut. Zwei trotzdem nochmal... Kochen wir uns mal was hier. Er hat noch Sticks übrig. Ich hab nur noch zwei. Ich hab vier. Ja, gib mir mal die vier. Hallo, Abigail! Ja, warte. Möp, möp. War hier links vom Feuer. Ja. Weil dann kann ich nämlich den dritten Kochtopf bauen. Da. Ja. Da, ich muss der dritte Kochtopf... Ich muss jetzt irgendwie mal ein bisschen Gras finden, weil sonst... Aber wir bräuchten eine Alchemie-Maschine, dann kann ich eine Improved Farm machen. Ja. Krass! Haben wir schon Spinnenseide? Nee, ich glaube nicht. Kriegst du den auch ganz gut? Wir brauchen ein paar Halm. Was passiert eigentlich mit Wiesen, wenn ihm ein Bart wächst? Gar nichts, denn mit dem Bart kannst du irgendwas produzieren, glaube ich. Ah, okay. Zahnseide. Oh, hier ist viel Gras. Oh, schön. So, was hab ich denn jetzt hier am Matrage? Das hab ich, 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 das hab ich. Das hab ich. Beeren? Hat jemand schon irgendwo ein Feld oder so? Aua! Hey, du blödes Mist. Nee, ich würde gerne eines machen. Aber es fehlt noch eine Alchemie-Maschine. Ich meine, ich könnte eine Basic-Farm bauen, aber... Was brauchst du für, äh, Alchemie-Maschine? Da braucht man... Bretter, Steine und dann zweimal Electrical Doodad, oder wie das heißt. Achso. Cool, was hab denn ich? Ich hab ein Sandwich, ein Bunwich, hab ich. Was? Ja. Ein Bunwich. Ein so blöder Frosch. Ein so blöder Frosch. Ein so blöder Frosch. Mein kaputt. Warte, die sind drin. Äh, das kann ich rein haben. Das behalte ich mal. Gut. Oh ne, mein Axt ist weg. Scheiße. Hier liegt noch, auch deiner Leiche. Ach, Gott sei Dank. Oh, cool. Ich hab einen Hut gefunden. Oh, ein Beekeeper-Hut. Hm. Oh, ich bin fast tot. Ach, du hast... Ein Beekeeper-Hut? Das war halt schlecht. Damit kannst du Honig sammeln gehen. Ja. Mein Typ, der hat permanent Hunger. Das kannst doch wohl nicht sein, ey. Da hast du einen falschen Typ ausgesucht. Wie viel kannst du gar nicht fressen, ey. Ja. Ja, wie spät ist es? Äh, geht von der Zeit her noch. Kann ja nicht irgendwo hin. Hm. Ah, hier. 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 Bin ich jetzt mal gestorben. Da. Ah, okay. Hi. Wofür sind eigentlich diese Birtschnattgut? Also diese Kastanien oder was? Das sind, äh... Damit kannst du Birken anpflanzen. Hm. Ich dachte schon, als wäre was zu essen. Ja. Es schaut so aus, aber... Nein. Uäh, Biene. Oh, Sticks haben wir echt ein Problem. Ich nehm... ... grad einige mit. Beziehungsweise graben einige aus. Hm. Das Gras wächst noch. Das ist schön. Das Gras wächst noch. Ausgraben könnte ich eigentlich auch. Ich glaube, die muss man nicht düngen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht. Ich bin jetzt hier grad auch immer kräftig am Essen suchen. Ich komme ja dazu gar nichts anderem mehr hier. Nur Essen suchen. Ich bin tot vertaxt. Ich habe einen Stick. Jawoll. Ich will dich schon wieder sterben. Ich soll was essen. Sticks findet ihr am besten immer auf den Wiesen. Also auf den dunklen und grünen Wiesen. Da liegt ne Leiche rum. So was essen. Wie hier gar nichts ist. Meine Gesundheit geht auch nicht hoch. Mir geht auch nur das Essen hoch. Oh Mann ey, ich hab Hunger. Das gibt's doch nicht. Ich hab eine Bienenmine gefunden. Also das nächste Mal, falls Hundis kommen, gibt's hier Rambazamba. Schmeiß ich ne Bienenmine drauf. Oh. Busch gewachsen. Ich kann wieder eine Schaufel bauen. Ich kann wieder eine Schaufel bauen. Äh. Äh. Schaufel. Wer kann ich also Steine nehmen? Ich geh mal zurück und schau mal nach, dass wir mal ein paar Fallen bauen und ein paar Bischer töten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also jetzt sieht man mittlerweile das Lager auf der Map. Mhm. Echt? Ja. 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 Hier. Das da ausschaut einfach. Rechts sind die ganze Steine. Da werde ich jetzt nachher nochmal hinter gehen. Ich brauche was zu essen. Steinchen. Steinchen fahren. Ähm. Ah. Cool. Eine Angel bräuchte ich. Scheiße, geht nicht. Brauche ich, glaub ich, Schwinnenseite, oder? Ja. 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 Ich schlafe. Sieht man das nicht. Hat jemand ein paar Sticks für mich? Ja. Kann ich da irgendwie auf dich einschlagen? Nein, kannst du nicht. Leider habe ich PvP ausgemacht. Beim nächsten Mal werde ich das unterlassen. Ja. 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 Ich dachte, man könnte zumindest, indem man schläft, sein Leben regenerieren. Aber es geht nicht. Nein. Kannst du nicht. Ich brauche immer noch Sticks. Ähm. Mann ey. Ja. Dann koche ich mir jetzt halt was. Versuch es zu müssen. Kann ich den Adler töten? Nein. Lieber nicht. Lieber nicht. Das war meine, meine. Jamp hier. Ich kann mir nichts kochen, weil ich, ähm, weil mir eine Zutat fehlt. Oh Mann ey. Das ist auch alles scheiße ey. Machen wir was. Ja. Ist mir hier noch irgendwas in der Kiste? Haben wir noch zweimal Gold? Äh, Gold ist noch genügend da. Gold ist noch genügend da. Wenn dann hier in der Kiste. 13 sind da drin. Du fress erst mal die Samen aus der Kiste. Danke. Oh Mann ey. Nicht alle weg essen. Nein. Mach ich ja gar nicht. Aber koch die. Das ist ein bisschen bekömmlicher. Gut. Oh oh. Oh oh. Ich hoffe ihr seid alle beim Feuer. Händchen. Händchen. Hände. 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 So schön. Oh Mann ey. Wir werden alle sterben. Oh ja. Ist ja nicht so, dass ich schon mal gestorben bin. Elendig krepieren. Oh ja. Warum denn? Kommst du da rauf? Weil wir früher oder später immer... Nein. Jetzt hat er meine Karotte fallen gelassen. Ja. Positiv denken bitte. Lalalala. Ah. Ich gib's da auf die Flosse. So. Und jetzt mal. Knüppeln. Das ist ein Hase. Und die Kastanien kannst du doch kochen. Was für Kastanien. Ja. Kann man auch. Und dann kannst du sie auf den Kochtopf reinpacken und dir noch ein Gericht rauskochen. Ja. Wie geil. Kannst du auch normal am Feuer kochen. Äh. Ja. Du musst sie ja erst normal am Feuer kochen. Bevor du sie dann in den Kochtopf packen kannst. Warte noch mal. Spinnen. Da oben. Oder da unten. Immer nach unten. Was krieg ich denn da jetzt Leckeres raus? Spinnen. 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 Oh Hassi. 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 Mein Hassi. Arsch. Schlag dir mit der Spitzhacke im Kopf. Kannst du mir helfen und Spinnen fangen. Ne. Ich geh nicht Spinnen fangen. Ich geh jetzt Steine sammeln. Ich geh hier Spinnen fangen. So. Alchemie Maschine steht. Yay. Hier ist Eis. Wo sind die Eis? Wo sind die Spinnen? Da sind Spinnen. Und jetzt mach ich gleich eine Improved Farm. Da gibt noch Zeug rum. Bring auch noch ein paar Stöckis und sowas mit. Da haben die ganze Steine kaputt gemacht. Komm her Spinnen. Jetzt kommen wir her Spinnen. Eine Farm haben wir. Pflanzt es auch. Das ist ein Thermalstein. Der ist dazu da. Wenn es zum Beispiel Winter ist. Dann kannst du den ans Feuer legen zum Aufheizen. Dann kannst du länger in der Kälte rumlaufen. Ach so. Der ist im Winter sehr sehr wichtig. Okay. Oh diese scheiß Spinnenseite. Ich glaub es nicht. Komm her. Spinnen. Spinnen. Boah. 3% hat meine Axt noch. Krass. Du musst dir mal bei Zeiten eine neue bauen. Gute Gosche. Eieiei. Ich hab gerade noch geschafft den Felsen damit niederzuknüppeln. Höflichkeit pur hier. Echt. Ja. Wir haben alle ganz toll lieb. Besonders dich. Ja. Spinnenseite. Komm her. Dann zeig ich wie lieb ich dich hab und klopf dir mit der Spitzhacke mal auf den Kopf. Mädels. Ich mach mal hier noch eine Essenskiste bei. Die Kochbötte. Mach da. Lalalala. 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 Ach egal. Ich sammel Sticks. Ich sammel Sticks. Ich Sticks. Will auch Sticks. Oh es sind... Oh was ist denn hier an Kröten alter Mina? Was hast du denn eingestellt? Ganz klar. Ja. Ja. Ja irgendwie ist der TS mal so voll für'n Arsch. Ja. 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 Lalalala. Ich glaub wir sollten den TS wechseln ey. Das geht gar nicht. Hä? Was? Ich versteh kein Wort. Ich versteh keine Roboter. Ja. Das geht gar nicht ey. Was fehlt denn hier? Ah jetzt gehts. Ja jetzt gehts wieder. Das ist so geil. Was zum Teufel ey. Hä? Wieso kann ich die Dinger nicht bauen an der Seite? Jetzt. So ich geh mal angeln. Ich brauch was zu essen. Ja ich brauch auch was... Ja für eine Angel brauchst du glaub ich Spinnfahren oder? Ja ich hab mir grad äh ein paar Spinnen geholt. Okay. Ich bin zu... Also ich hatte mir eine Falle mitgenommen und bin zu den Spinnen gegangen und hab dann das echt den Spinnenbau zerstörte. Eine Falle mitgenommen? Ja. Brauch mir einfach eine. Ich brauch zwei. Mama. Ich liebe es. Wieso ist diese blöde Biene bei diesem blöden Loch? Ich hasse es. Keine Wischweiß ich kann. Ja wahrscheinlich genau deshalb. So jetzt koch ich mir erstmal einen Fisch. Was haben wir denn in der Essenskiste drin? Bären. Bären sind gut. Bären sind die Marmelade. Boah, ordentlich Fisch. Gott, jetzt kann ich mir mehr Fische fangen. Äh, wo ist hier noch ein Teich? Teich. Teich, der da unten. Ja, wir haben hier keinen Bock mehr. Achso, Abigail hat keinen Bock. Was? Abigail. Was ist ein Bucknet? Achso. Wie mein Stinger? Nicht Kotze rum, was kann man mit der Kotze machen? Hast du gekotzt? Nein, die liegt hier einfach rum. Nennt sich Root oder irgendwie. Oder Rot oder irgendwas. Achso, das ist einfach Verdorbenes. Damit kannst du zum Beispiel düngen. Nimmst du noch eine Biene. Wieso sind bei jedem Scheiß Teich Bienen? Das ist doch normal, doch. Wie kann man denn dieses Ding da oben bauen? Dieses komische, äh... Was ist das hier? Das Feld. Das kannst du bei Food bauen. Ach, lecker. Da brauchst du für... Die heißt, ähm... Moment, ich glaube... Da... Dieser Extra-Maschine-G, die heißt... Oh, jo, um ist ein Schweinehaus. Da brauchst du 10 Stroh, 6 Puku und 4 Steine. Improved Farm bei Food? Bist du da sicher? Ja, ja, weil du musst zu der Alchemie-Engineen gehen. Du, 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 du. Ich... Hey, Mutter. Wahrscheinlich Natze. Sag mal, du hast sie nicht... Du hast sie nicht gekocht. Ich dachte, komm, kochst sie halt und isst sie halt. Das ist doch ein Kotze. Ja. Geht auch ein bisschen freundlicher. Nein. Doch. Oh, Aubergine. Ja, gerade Natze. Ich hab sie schon. Ich sie in die Kiste. Aieieieiei. Das ist hier was. Ist hier was. Hallo, ey. Hey, das finde ich aber zu schnell dunkel hier. Das geht gar nicht. Aber wir sind am Ende der Folge. Ja, mal wieder. Ja, wir sind wir. Na dann. Und Tschüss. Und Tschüss. Und Tschüss. Ciao.